Ja, das hier ist unsere neue Pusheen Fußmatte. Die besteht aus Kokosfaser. Hinten ist sie mit einem Kunststoff beschichtet. Das heißt, die ist auch super rutschfest. Und auf der anderen Seite ist das Teil tatsächlich auch licht- und wasserbeständig. Das heißt, ihr könnt es bei Sonnenschein auf jeden Fall draußen vor die Tür legen und es bleicht nicht aus. Gleiches gilt auch bei Regen. Wenn es ein bisschen nass wird, macht auch nichts. Und ja, ich werde euch jetzt gleich nochmal zeigen, wie diese wunderhübsche Fußmatte in der Praxis funktioniert. Vor die Tür legen, draufstellen, fertig.